Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern fand ja Spiel 1 der Relegation für die Bundesliga statt. Der ASV konnte er damit 1-0 besiegen und hat zumindest einen Schritt schon gemacht Richtung Bundesliga. Und sollte Hamburg dann nächste Woche den Aufstieg generell fix machen, wäre das sogar gut für Schalke. Denn aufgrund der TV-Gelder bekäme Schalke im Falle des Aufstiegs von Hamburg 600.000 Euro mehr. Und das ist natürlich schon eine Summe, mit der wir einiges anfangen können. Grund ist die Verteilung der TV-Gelder. Die werden ja an sich verteilt in Gleichverteilung, in Leistung, in Nachwuchs und auch Interesse. Aufgrund dessen werden die TV-Gelder verteilt. Und vor allen Dingen für diesen Punkt ist wichtig die Berechnung der Leistung. Und das ist nämlich maßgeblich für diese 5-Jahres-Wertung. Und sollte Hertha absteigen, würden wir Schalker den HSV nämlich überholen. Wodurch wir dann in Summe 600.000 Euro mehr an TV-Geld bekämen. Und ich denke mal, das wäre schon extrem gut, extrem wichtig. Und das Geld ist natürlich fast schon ein Geldregen, weil das in Summe schon sehr viel ist. Dafür, dass man es an sich einfach nur als Hützig bekommt, weil man in der TV-Gelder-Verteilung vor dem HSV stehen würde. Das liegt einfach daran, dass Hamburg in den letzten Jahren nur in der zweiten Liga verbracht haben. Zumindest 4 der letzten 5 Jahre. Und wir Schalker eben teilweise noch in der Bundesliga gespielt haben. Wodurch wir dann schon mal deutlich beim HSV stehen. Und das uns immer noch mal mehr Geld einbringen wird. Also, wenn ihr eh für Hamburg-Leiter-Relegation freut euch erst recht, wenn sie es schaffen. Weil der Aufstieg würde uns auch noch finanzielle Vorteile mitbringen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. An alle Schalker.